Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum SG Index Checker Mittag, präsentiert von der Societe Generale. Mein Name ist Bastian Galuschka und wir wollen uns heute den FUZI 100 aus Großbritannien aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Zahlreiche vergebene Chancen, so könnte man den Index aus Sicht der Käufer zusammenfassen. In den vergangenen Wochen, also wenn man so möchte, seit Jahresbeginn, waren doch gute Chancen immer wieder gegeben. Zumindest mal die 7,728 zu erreichen. Wie Sie sehen, am 17.01. der Ausbruchsversuch gescheitert. Dann hatten die Käufer hier nochmal nach dreiteiliger Konsolidierung eigentlich eine wunderbare Ausgangslage, den Trend wieder aufzunehmen. Und scheiterten aber dann schon am Folgetag, am Widerstand bei 7,639. Eine ziemlich böse Tageskerze mit langem Schatten zur Oberseite leitete den Abverkauf ein. Nun wiederum, hier haben vielleicht schon die Bären gefeiert. Die V-Erholung, wie auch in anderen Indizes, allerdings führt diese im FUZI 100 bei weitem noch nicht zu den Jahreshochs. Wir hängen mal wieder fest, in diesem Fall unter 7,529. Es wird jetzt darauf ankommen, in den kommenden Tagen weitere Kursgewinne herbeizuführen aus Sicht der Käufer. Es könnte dann so aussehen, dass der Index die 7,529 aufknackt und sich dann wieder in die alte Range arbeitet. Erst ein Ausbruch über diese letzten Zwischenhochs würde dann Potenzial auf 7,728 und darüber 7,795 bringen. Bereits jetzt wäre es unschön, wenn wir das gestrige Tief bei 7,427 unterschreiten. Da wäre dann ein Großteil des Momentums aller Voraussicht nach schon wieder dahin. Und natürlich sehr bärisch wäre es, wenn wir das bisherige Jahrestief bei 7,233 unterbieten. Der ein oder andere wird hier vielleicht nicht nur eine V-Erholung sehen, sondern sogar so eine kleine inverse SKS. Auch das ist möglich. Aber wenn diese greifen sollte, darf jetzt in den kommenden Tagen, also im weiteren Wochenverlauf, keine große Schwäche mehr aufkommen. Oberhalb von 7,530, also Ziele bei 7,560, 7,639, 7,683. Unterhalb von 7,427 käme nochmal der EMA 200 ins Spiel bei rund 7,375 Punkten. Und darunter, wie gesagt, wäre es sehr wichtig, das Tief bei 7,233 zu verteidigen. Also wenn man so möchte, das wäre hier die obere Stoppmarke, wenn Sie Long etwas unternehmen möchten, bei 7,427. Und das wäre die Stoppmarke, die am weitesten entfernt ist, aber noch Sinn machen würde bei 7,233. Schauen wir uns das Ganze nochmal etwas detaillierter an, im 4-Stunden-Chart in diesem Fall. Also da sehen Sie, glaube ich, die Struktur dieser Bewegung. Das kann man durchaus als linke Schulter, Kopf, rechte Schulter werten. Aber, jetzt kommt das große Aber, es kommt eben heute bis auf das Gap nichts mehr nach. Intraday-Schwäche nach guter Eröffnung. Wir müssen es schaffen, und da sehen Sie ja die zahlreichen Auflagepunkte hier, uns mal durchzufräsen durch den Bereich 7,537, 7,560. Und dann kämen obere Ziele ins Spiel. Alles bekannt aus den letzten Analysen, 7,625 bis 7,638. Und dann natürlich das Jahreshoch bei 7,689. Wie schon im Tagesschart gezeigt, gibt es zwei Anhaltspunkte für Absicherungen. Entweder man nimmt das Tief bei 7,427. Das wäre dann in dem Fall, wenn man auf die Formation spekuliert, das Tief der rechten Schulter. Oder alternativ hier das Jahrestief bei 7,233. Wenn Sie shorten möchten, das ist ja auch möglich, keine Frage, dann sollten Sie Umkehrkerzen in dem oberen Widerstandsband hier abwarten. Also bislang sieht man ja beispielsweise, dass sich der Index vom Tageshoch entfernt. Sollte sich das am Nachmittag fortsetzen, wäre der Ausbruchsversuch erstmal gescheitert. Prozyklisch könnte man es unter 7,427 probieren, wieder in Richtung Jahrestief. Es gibt selbst dann aber noch eine kleine Restchance für die Käufer, dass sie sich hier in einem Zwischenunterstützungsbereich fangen. Beispielsweise im Bereich des 61,8 Retracements über die letzte Anstiegsstrecke hier, also um 7,350. Und dann nochmal eine Aufwärtsbewegung etablieren. Also ganz interessante Situation derzeit im FUZI, eine Entscheidungssituation natürlich innerhalb einer mehrmonatigen Range. Ist jetzt nicht für jedermann geeignet, dieses Setup. Da haben wir deutlich stärkere Indizes. Aber aufgrund dieser Struktur, aufgrund der ersten dynamischen Aufwärtsbewegung und der erfolgten Konsolidierung, wollte ich den Index heute einmal vorstellen. Wenn Sie etwas handeln möchten auf den FUZI 100, habe ich Ihnen wie immer zwei Derivate mitgebracht. Mit der WKN ST8, SFL, ein Turbo-Endless-Call, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 6,754 Punkten, der Hebel bei knapp 10. Und die Short-Variante mit der WKN ST1, NSK, ein Turbo-Endless-Put, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 8,217 Punkten, der Hebel bei 10,2. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Erfolg und würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten zum nächsten SG und Next Check am Mittag. Machen Sie es gut. Tschüss.